Beim klassischen Geburtstagsproblem fragt man nach der Anzahl von Personen, die zusammenkommen müssen, damit mindestens zwei von ihnen am gleichen Tag Geburtstag haben. Ein auf den ersten Blick ganz anderes Problem hat sich vor vielen Jahren ergeben, als beim Deutschen Zahlenlotto 6 aus 49 eine Gewinnreihe gezogen wurde, die viele Jahre zuvor schon einmal aufgetreten war. Und ich wurde gefragt, wie wahrscheinlich ist denn das? Wir werden sehen, dass hier im Wesentlichen die gleiche Fragestellung vorliegt. Die Kraft der Mathematik liegt in der Abstraktion. Und in diesem Video möchte ich zwei Modellklassen vorstellen, die begrifflich völlig gleichwertig sind und häufig auftreten. Und zwar sind das Urnen- bzw. Fächermodelle. Ich möchte mit Urnen-Modellen beginnen. Gegeben sei eine Urne, das Wort steht hier für ein undurchsichtiges Gefäß. In dieser Urne sind gleichartige Kugeln, die von 1 bis n durchnummeriert sind. Wir betrachten insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten, aus dieser Urne K-Kugeln zu ziehen. Das erste Modell, ich nenne es U1, ist Ziehen unter Beachtung der Reihenfolge. Das heißt, hier merken wir uns für jedes J von 1 bis K, welche Nummer die Kugel trägt, die wir als J ziehen. Ein weiteres Charakteristikum dieses Modells ist, dass wir mit Zurücklegen ziehen. Es bedeutet, nach jedem Zug notieren wir die Nummer der gezogenen Kugel und legen die Kugel in die Urne zurück. Bezeichnen wir mit AJ die Nummer der beim J-Zug erhaltenen Kugel, so drängt sich als Grundraum, als Ergebnismenge für diesen stochastischen Vorgang, die Menge aller K-Permutationen der Zahlen von 1 bis n mit Wiederholung geradezu auf. Ich kürze diese Menge in dieser Form ab. Man sieht das PER für Permutationen, das MW für mit Wiederholung und es sind K-Permutationen der Zahlen von 1 bis n. Wie ist die Menge definiert? Es sind K-Tupel mit Komponenten A1 bis AK und jedes AJ ist im Bereich von 1 bis n für jedes J von 1 bis K. Das ist die Menge der K-Permutationen der Zahlen von 1 bis n mit Wiederholung. Das zweite Ohrenmodell U2 unterscheidet sich vom ersten nur dadurch, dass wir jetzt ohne Zurücklegen ziehen. Wir beachten also weiter die Reihenfolge. Das geht natürlich nur dann, wenn K kleiner oder gleich n ist. Das bedeutet, wir ziehen genauso wie oben, aber ohne Zurücklegen. Mit der Bedeutung von AJ wie oben als Nummer der beim J-Zug erhaltenen Kugel bietet sich jetzt als Grundraum an, die Menge der K-Permutationen der Zahlen von 1 bis n ohne Wiederholung. Ohne Wiederholung heißt also, dass wir es jetzt mit denjenigen K-Tupeln zu tun haben, deren Komponenten paarweise verschieden sind. Denn es können ja keine Kugelnummern mehrfach auftreten. Und diese Menge heißt die Menge der K-Permutationen der Zahlen von 1 bis n ohne Wiederholung. Beim dritten Ohrenmodell U3 wird es ernstlich anders. Wir ziehen nämlich jetzt ohne Beachtung der Reihenfolge mit Zurücklegen. Da wir jetzt nicht mehr sagen können, welche Kugel als erste, zweite und so weiter gezogen wurde, verfügen wir am Ende nur noch über die Information, wie oft jede der n Kugeln gezogen wurde. Ein angemessener Grundraum führt uns jetzt auf die sogenannten K-Kombinationen der Zahlen von 1 bis n mit Wiederholung. Ich kürze diese Menge so ab. Man sieht, dass gegenüber dem Modell U1 nur per durch com ersetzt wurde. Wie sind nun diese Kombinationen definiert? Es sind weiterhin K-Tupel, deren Komponenten jeweils Werte von 1 bis n annehmen können. Aber, und das ist entscheidend, die Komponenten sind geordnet. Es gilt a1 kleiner gleich a2 und so weiter kleiner gleich ak. Das ist die Menge der K-Kombination der Zahlen von 1 bis n mit Wiederholung. Und jetzt ist die Interpretation eine ganz andere als vorher, was die Komponenten dieses Tupels ausmacht, nämlich aj ist jetzt die j kleinste Nummer der gezogenen Kugeln. Wir machen uns das mal an einem Bild klar. Dieses Bild ist vielleicht überraschend, weil man keine Urne sieht und erst einmal nach n und k sucht. Nun, n ist hier gleich 4 und k ist gleich 6. Ich zeige zunächst einmal die 6er Kombination der Zahlen von 1 bis 4 hierzu. In der Interpretation von aj als j kleinster Nummer der gezogenen Kugeln ist 1 die kleinste Nummer, die 2-, 3- und 4-kleinsten Nummern fallen zusammen und sind jeweils gleich 3 und die 5- und 6-kleinste Nummer ist jeweils 4. Wir sehen also, dass Kugeln Nummer 1 einmal, Kugeln Nummer 2 keinmal, Kugeln Nummer 3 dreimal und Kugeln Nummer 4 zweimal gezogen wurde. Das Bild zeigt eine begriffliche Äquivalenz zu einem Fächermodell auf. Hier wird Fach 1 einmal, Fach 2 keinmal, Fach 3 dreimal und Fach 4 zweimal mit einem Teilchen besetzt. Ich greife das später noch einmal auf. In einem letzten Urnenmodell wird wieder ohne Beachtung der Reihenfolge gezogen, aber jetzt ohne Zurücklegen. Auch das geht natürlich nur, wenn K kleiner gleich n ist. Man ahnt schon, wie hier der Grundraum aussieht, wo hingegen bei den Kombinationen mit Wiederholung noch Gleichheitszeichen in den Ungleichungen a1 kleiner gleich a2 usw. zugelassen waren, steht jetzt stets das kleiner Zeichen. Der Grundraum ist die Menge der K-Kombination der Zahlen von 1 bis n ohne Wiederholung. Diese Menge ist definiert als die Menge aller K-Tupel mit jeweils Komponenten im Bereich von 1 bis n. Und jetzt kommt die Eigenschaft a1 kleiner als a2 usw. kleiner als ak. Wir können eine solche Kombination, die ein K-Tupel ist, mit der Größe nach sortierten verschiedenen Komponenten, identifizieren mit der k-elementigen Teilmenge der Zahlen von 1 bis n, die aus den Zahlen a1 bis ak besteht. Ich möchte jetzt zu Fächermodellen übergehen. Bei Fächermodellen werden Teilchen, was immer die Teilchen sind, und es sind K-Teilchen, auf n Fächer verteilt und diese Fächer sind von 1 bis n nummeriert. Das erste Fächermodell, F1, bei dem sind die Teilchen unterscheidbar. Das bedeutet, es gibt ein Teilchen 1, ein Teilchen 2 usw., ein Teilchen K. Und ich lasse hier mehr Fachbesetzungen zu. Was kann ich dann beobachten? Hier ordne ich also Teilchen 1, ein Fach zu, Teilchen 2, ein Fach zu usw. Der Grundraum, der sich ergibt, die Menge der möglichen Ergebnisse, ist wieder die Menge der K-Permutation, der Zahlen von 1 bis n mit Wiederholung, also die Menge aller dieser K-Tupel mit der Eigenschaft, dass jedes aj im Bereich von 1 bis n ist. Hier ist die Interpretation die, aj ist die Nummer des Fachs, in dem das j-Teilchen liegt. Wenn ich die Teilchen weiter unterscheidbar lasse, aber jetzt keine Mehrfachbesetzungen erlaube, dann komme ich zum Fächermodell 2, also unterscheidbare Teilchen, keine Mehrfachbesetzungen. Das bedeutet, die Nummern der Fächer, in denen die Teilchen liegen, sind alle verschieden. Der Grundraum ist hier die Menge der K-Permutation der Zahlen von 1 bis n ohne Wiederholung, wie im Ohrenmodell U2, also die Menge aller K-Tupel mit Zahlen im Bereich von 1 bis n, deren Komponenten paarweise verschieden sind. Beim dritten Fächermodell sind die Teilchen jetzt im Gegensatz zu den ersten beiden Modellen nicht unterscheidbar. Das heißt, hier kann ich jetzt nicht mehr davon sprechen, in welches Fach tue ich das erste Teilchen, in welches das zweite Teilchen. Ich lasse zunächst mal Mehrfachbesetzungen zu. Die Information, die ich am Ende habe, ist nur, wie viele Teilchen jeweils in den Fächern sind. Der Grundraum ist hier die Menge der K-Kombinationen der Zahlen von 1 bis n mit Wiederholung, die wir schon hatten. Es sind also alles K-Tupel, Permutationen mit Wiederholung, aber jetzt kommt diese Einschränkung a1 kleiner gleich a2 usw. kleiner gleich ak. Auch hier kann ich das gleiche Bild nehmen, wie von der Folie davor. Das ist die Information am Ende. Hier habe ich insgesamt vier Fächer. Am Ende ist ein Teilchen in Fach 1 gelangt, kein Teilchen in Fach 2, drei Teilchen in Fach 3 und zwei Teilchen in Fach 4, was zu dieser Kombination führt, die wir schon auf der Folie davor hatten. Beim letzten Fächermodell F4 sind die Teilchen wie bei F3 nicht unterscheidbar, aber jetzt lasse ich keine Mehrfachbesetzungen zu. Das heißt, am Ende liegt in genau K der n Fächer je ein Teilchen. Der Grundraum ist hier wie im Urnenmodell U4 die Menge der K-Kombinationen der Zahlen von 1 bis n ohne Wiederholung. Im K-Tupel mit den Komponenten a1 bis ak ist aj gerade die j kleinste Nummer der besetzten Fächer. Wir werden uns jetzt überlegen, dass Urnen- und Fächermodelle begrifflich völlig gleichwertig sind. Hierzu muss man sich nur Folgendes klar machen. Wenn wir ein Teilchen in ein Fach legen, nehmen wir an, es ist das Fach Nummer j, es sind n Fächer, die nummeriert sind von 1 bis n, dann entspricht das im Urnenmodell, dass wir Kugelnummer j ziehen und umgekehrt. Die Unterscheidbarkeit der Teilchen, ich weiß also in welches Fach das erste Teilchen gelangt, in welches Fach das zweite Teilchen gelangt, das entspricht im Urnenmodell der Beachtung der Reihenfolge. Hier weiß ich, welche Kugelnummer als erste gezogen wird, das entspricht dem Fach, in das das erste Teilchen fällt und so weiter. Wenn ich mehrfach Besetzungen zulasse von Fächern, dann bedeutet das im Urnenmodell, dass ich mit zurücklegen ziehe und wieder umgekehrt. Ich möchte abschließend noch etwas sagen zum Auftreten von solchen Urnen- und Fächermodellen. Sie treten unter anderem auf als Fächermodelle in der statistischen Physik. Die Teilchen sind dort zum Beispiel Gasmoleküle, Photonen, Elektronen oder Protonen und der Phasenraum, der sogenannte, wird in Zellen unterteilt, das entspricht den Fächern. Ein erstes Modell, das Modell F1, tritt auf als sogenannte Maxwell-Boltzmann-Statistik, unter anderem bei Gasen mit mittleren und hohen Temperaturen. Das Modell F3 tritt als Bose-Einstein-Statistik auf, unter anderem für Photonen und Helium-Vierkerne und das Fächermodell F4 als Fermi-Dirac-Statistik für Elektronen, Neutronen und Protonen. Die Forderung hier, dass höchstens ein Teilchen in einer Zelle liegt, entspricht in der Physik dem nach dem Physiker Wolfgang Pauli benannten Pauli-Verbot. Ich hatte am Anfang sowohl das Geburtstagsproblem als auch das Phänomen der ersten Gewinnreihen-Wiederholung im deutschen Lotto angesprochen. Und ich sagte, die Kraft der Mathematik läge in der Abstraktion. Stellen wir uns N verschiedene Fächer vor, in die zufallsabhängig der Reihe nach Teilchen fallen. Irgendwann gelangt dann ein Teilchen in ein Fach, das schon ein Teilchen enthält. Es gibt sozusagen eine Kollision. Beim Geburtstagsproblem sind die Fächer die verschiedenen Tage des Jahres und die Teilchen Personen. Hier sieht man oft vom 29. Februar ab, sodass es 365 Fächer gibt. Beim Zahlen-Lotto repräsentiert jede der 49 über 6 möglichen Gewinnreihen ein eigenes Fach. Die Zahl N der Fächer beträgt hier fast 14 Millionen. Ganz genau sind es 13.983.816. Jede gezogene Gewinnreihe fällt dann als Teilchen in ihr eigenes Fach und die erste Kollision entspricht der ersten Gewinnreihenwiederholung. Beim Geburtstagsproblem bedeutet eine Kollision, dass ein Doppelgeburtstag auftritt. Man sieht also, dass der mathematische Kern zweier auf den ersten Blick ganz unterschiedlicher Fragestellungen in einem Fächermodell nur mit ganz unterschiedlichen Fächeranzahlen formuliert werden kann. Ein anderes Phänomen, was man sehr schön auch in einem Fächermodell sich vorstellen kann, ist das sogenannte Zweidrittelgesetz beim Roulette. Beim Roulette hat man 37 Fächer, die entsprechen den Zahlen von 1 bis 36 und der 0. Und Roulettspieler haben beobachtet, dass nach 37-maligem Rollen der Roulette-Kugel ungefähr zwei Drittel der 37 Zahlen aufgetreten sind. Der mathematische Kern ist hier ein Fächermodell mit n Fächern, wobei beim Roulette nur n gleich 37 ist. Fallen rein zufällig und unabhängig voneinander n Teilchen in diese n Fächer, so lässt sich zeigen, dass der Erwartungswert des relativen Anteils der besetzten Fächer für n gegen unendlich gegen 1-1 durch e konvergiert. Dabei ist e die Euler'sche Zahl, die auf drei Nachkommastellen durch 2,718 gegeben ist. Auf drei Nachkommastellen genau ist 1-1 durch e gleich 0,632, was in der Nähe von zwei Dritteln liegt. Ein anderes Stichwort, zu dem viel geschrieben und diskutiert wird, sind sogenannte vollständige Serien- oder Sammelbilder-Probleme. Die konkreten Fragestellungen betreffen Sammelalben, etwa zu Fußball-Weltmeisterschaften, und man interessiert sich zum Beispiel dafür, wie viele Tüten mit Bildern von Fußballspielern man im Mittel erwerben muss, damit das Album voll ist. Der mathematische Kern ist auch hier ein Fächermodell mit n Fächern, im Sammelalbum sind die Fächer, die zunächst leeren Plätze, und die Teilchen, die in die Fächer fallen, sind die Bilder, die in das Album geklebt werden. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Problemkreis ansprechen, bei dem in ganz natürlicher Weise Urnenmodelle als mathematischer Kern auftreten, und zwar ist das die statistische Qualitätskontrolle. Hier kann man sich etwa die bei einer Massenfertigung produzierten Teile als Kugeln in einer Urne vorstellen, wobei es Kugeln zweierlei Sorten gibt, sagen wir rote und schwarze Kugeln. Die roten Kugeln stehen dann für defekte Teile, die schwarzen für funktionsfähige Teile dieser Produktion.